Ich denke Blume und sie blüht auf, ich denke Feuer, sie glüht und raucht. Wir erschaffen, doch wir zerstören viel mehr. Wer sind wir, Menschenskind, wer, noch bevor die Zeit dir aus den Händen rennt? Etwas hinterlassen, auch wenn es nur Scherben sind, schlagen nach rechts und links, Köpfe sind leer und blind. Wenn das mein Erbe ist, dann sterb ich nicht. Da ist ein Schatten an der Wand, er tanzt in deinem Gedankengang. Die Party geht sein Leben lang und das danach geht mich nichts an. Ich denke Blume dicker Nostalgie, weil es wegen dem Smog längst keine Blumen mehr gibt. Und Probleme sind hier auch kaum zu erkennen. Schmeiß dein Hirn raus, wir brauchen Platz zum Danzen. Was sollen wir tun, Mann? Wir sind doch nur Menschen, um etwas zu verändern, müssten wir erstmal denken. Ist gar nicht leicht. No, no. Ist gar nicht leicht. Gar nicht leicht. Gar nicht leicht. Da ist ein Schatten an der Wand, er tanzt in deinem Gedankengang. Die Party geht sein Leben lang und das danach geht mich nichts an. Dann tanzt jemand in deinem Verstand, jeder klare Gedankenverloren Gedankengang. Dann tanzt jemand in deinem Verstand, jeder klare Gedankenverloren Gedankengang. Da ist ein Schattenverloren Gedankengang. Da ist einfach nicht mehr recycel, aber auch keine großer Gedankenverloren Gedankengang. Wenn du jetzt ein Schattenverloren Gedankengang in deinem Verstand,